Der FC Bayern verliert gegen den SC Freiburg im DFB-Pokal-Viertelfinale mit 1 zu 2 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit uns absolut kein Mitleid. In Freiburgern sei es gegönnt, die Truppe hat alles gegeben, hat sich nochmal getraut, obwohl viele Mannschaften sich zurückgezogen hätten in der Nachspielzeit und gehofft hätten, Juhu, wir sind gegen die Bayern in der Verlängerung, haben sie nochmal gewagt nach vorne zu gehen, haben alles gewonnen und die haben heute einen super Job gemacht und da muss man ganz klar sagen, die Abwehrarbeit von Freiburg war top. Das 1 zu 0 durch Opa Meccano kann man vielleicht abpfeifen, aber ich würde sagen, es war keine krasse Fehlentscheidung, weil Eggestein kann sich da auch ein bisschen besser anstellen, aber erstmal 1 zu 0 für die Bayern, dann nur ein paar Minuten später ein wunderschönes Tor, wir kriegen den Ball nicht weg, Comar spielt den Ball dem Gegner, so ist es heute 1-2 Mal passiert und ein schönes Tor von Höfler, muss man ganz klar sagen, geiles Tor, hat vielleicht sogar Potenzial zum Tor des Monats. Ja und zur Halbzeit 1 zu 1, ich würde sagen, wir hatten natürlich mehr Ballbesitz, wir hatten natürlich mehr Szenen, aber ja, was bringt das, wenn du keine Tore machst und da muss ich wirklich ganz klar sagen, wir haben so viel Qualität im Kader, wir haben eine Bank, wo sich Bundesligisten die Finger nachlecken. Ja, da muss man ganz klar sagen, das war einfach heute Mist, einfach ganz, ganz großer Mist und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es sogar gar nicht mal so schlecht, dass wir verloren haben, weil hoffentlich kriegen Saliamicic und Kahn mal wirklich einen auf den Deckel, weil immer wenn etwas schief läuft bei Bayern, ist immer der Trainer schuld, immer fliegt der Trainer raus. Jetzt haben sie den Trainer Nagelsmann rausgeschmissen, holen Tuchel, jetzt ist nach dem zweiten Spiel schon die erste Niederlage, eine ganz, ganz schlimme Niederlage und ja, dann wird man sich jetzt was anhören müssen und ich hoffe auch mal, dass ein Bratze und ein Kahn mal auf die Fresse kriegen, weil die machen in letzter Zeit, nicht nur in letzter Zeit, sondern in den letzten Jahren echt viel Scheißdreck und nicht immer nur der Trainer ist schuld. Ich fand Nagelsmann war ein super Typ und viele Bayern-Fans haben, glaube ich, auch nicht verstanden, warum er gehen musste. Und ja, wenn einer gehen muss, dann Kahn und Bratzo. Also jetzt mal ganz im Ernst, die beiden haben echt einen an der Luke. Und das ist nicht, weil wir jetzt verloren haben, das ist allgemein meine Meinung. Aber wer mich kennt, der weiß auch, dass ich immer ehrlich bin und meine Meinung frei raus sage, wenn mir was nicht passt. Und ja, der Elfmeter, total berechtigt von Musiala, ganz blöde Bewegung von ihm hier im Sommer. Ich glaube, selbst wenn er die Ecke gehabt hätte, keine Chance. Und der Höhler, der hat Nerven, das Ding exakt unter die Latte zu setzen. Ja, das gegen den FC Bayern in München in der Nachspielzeit, das schaffen nicht viele. Da hat er ganz, ganz dicke Eier gehabt und ich kann den Freiburgern echt nur gratulieren. Die haben einen mehr als souveränen Job gemacht. Ich gönne das den Jungs, dass sie ins Finale kommen und dass sie das vom letzten Jahr wieder gut machen können und diesmal den Pot holen. Ich würde es denen von Herzen gönnen und eine ganz sympathische Truppe. Und die zeigen eigentlich, dass man nur einen Trainer braucht, um erfolgreich zu sein. Den Streich, seit über zehn Jahren der Trainer und Freiburg ist ein super Beispiel für die Bayern. Wenn ihr das Spiel auch gut fandet, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal und ciao, haut rein.